Hallo, WatGate. Heute spielen wir wieder Satisfactory. Manni hat hier ein bisschen gebaut. Habe es eben per Hand gemacht. Müsste aber noch automatisiert werden. Okay. Sie hat hier Mehrzweckgerüste gebaut. Wir könnten jetzt eigentlich Phase 2 abschließen. Aber da warten wir, bis wir wieder mit Manni zusammenspielen. Und dann gucken wir einfach mal. Aber sie hatte mir geschrieben, dass ich einmal als MAM gucken soll. Oh. Extra Ausrüstungsplatz Inventory. Okay, das kennen wir schon. Das ist neu. Katerium. Oh. Prioritätsnetzschalter und Netzschalter. Nice. Was hat sie denn? Strommast MK2. Nice. Medizinischer Inleiter. Okay. Nice. Okay. Ah. Und hier haben wir ja auch alles freigeschaltet. Ja. Und sie hat irgendwie da oben einen Weg lang gebaut. Schöeng autro5000. SoHz. Atmet SV. Fürstet Pod. Fürstet Pod. Von Graen St furry. Fürstet Pod rum. Was ist denn hier oben? Was hat sie denn hier gemacht? Was ist denn hier oben? 100 Watt, äh 120 Watt. Oh Gott. Okay. Moment. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch Pilze finden. Oh, Pilz. Da ist noch ein Pilz. Oh. 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 So, dann können wir eigentlich jetzt einfach mal just for fun Strom hier runterbringen. So. So, Schwäbel, das können wir auch noch erforschen. So, dann können wir hier Nährstoffe war das. So, dann können wir das. So, dann können wir das. So, dann brauchen wir Kunststoff für. Aber das könnte man mal einsetzen. Dann holen wir uns eine Festplatte. Dann holen wir uns noch keine Festplatte. Weil ich brauche noch Metallstand. So, dann holen wir uns noch eine Festplatte. So, dann holen wir uns noch. So, dann holen wir uns noch. So, dann- Das war's. Das war's. Dann holen wir uns noch die Pinke. Oh oh. Das war's. Oh oh. Oh. Nice. Okay, dann können wir weitermachen. Oh. 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 Oké. We slikken die weinig nog niet. Oh. 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 So. So. Oh, da drüben ist nochmal Sam Orr. So. Da kommt er. Hey. Nice. 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 Okay. Okay. Whew. So, können wir weg. So, hallo Lala. Oh, oh, oh. Hallo, hallo, hallo. Äh, das weg. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So Ich will den Rotster wegräumen Ein Ungläubiger im Hoff des Meisters Verdammnis über dich Dankeschön Mimimi Verdammt Und willkommen Wir spielen Satisfactory Und ich versuche hier Ich habe hier gerade Zwei Festplatten rausgeholt Und die können wir jetzt in die Forschung stecken Aber ich will erstmal was anderes erforschen Ich habe hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Research completed Purple Power Slugs seem to be near the end of their life cycle and have a significant amount of potential energy stored It is a good thing fix it does not waste Purple Power Slugs can now be processed into Power Shards Compacted Coal Unlocked It is physically smaller and more powerful But its carbon footprint remains enormous This fuel upgrade can be used in coal powered generators and vehicles Damit könnten wir mal den Power Planer uns angucken Maybe not Do not invest in more information If you're not done, look at it as well Das war's für heute. Ja. so ich will mal gucken wie mal verdichtete kohle verdichtete kohle ein ungläubiger des meisters verdammt sein wirst du stinkender moderteppich dankeschön lukian so dankeschön willkommen im stream ich versuche gerade rauszufinden wie ich verdichtete kohle herstelle aber ich brauche kohle und schwefel kann ich das herstellen hier am nobelen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hehehe Nice Kann ich noch was erforschen? So, Quarz So, außerirdische Megafauna Uh... Okay Was ist das hier? Kalkstein Rein Okay Nice Okay Gucken wir mal da hinten Oh Da könnten wir das draufschmeißen Katerium Nice Okay Wollen wir doch erstmal Power machen Ich glaube der da oben Okay So, bitte Dann Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann bauen wir eben 8 So Katerium Oh, Computer KI-Begrenzer Produktion, Konstruktor Okay Oh, sorry Ich Denke da nicht immer dran Das ist das Problem Oh, da hinten ist noch eine Festplatte Die könnten wir holen So Das ist halt hier echt problematisch Weil ich das total gewöhnt bin Besonders wenn ich in einem Game bin Wo ich Total drinnen versinke So Oh Schnecke So So Uh Uh Okay Dann haben wir das auch Okay Haben wir hier noch irgendwas Okay Okay Dann kehren wir mal zurück Okay Das war's. Das war's. Das war's. So, dann bauen wir noch ein paar Miner. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, ich wollte mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Das war's. 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 So, hier können wir herstellen. 120 pro Minute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, boom. Oh, boom. Oh, boom. Oh, boom. Strom. Okay. 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 Oh, okay. Das war's. Das war's. So, wir brauchen Constructor. So, wir brauchen Constructor. So, wir brauchen Constructor. So, wir stellen jetzt hier Turbodraht her, damit wir einfach random... Wie heißt das gleich noch? So, damit wir vielleicht diese KI-Prozessoren herstellen können. Und damit sollten wir dann... Zum einen neue Sachen freischalten, zum anderen vielleicht... Andere Sachen noch freischalten, wie... Äh, diese... Äh, wie heißt das gleich noch? Äh... Sicherungskästen. Äh... 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 Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... 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 Oh 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 Nice Hast du Probleme? Nee, hab ich nicht Es gab gestern Äh, ein Bug Der wurde aber Mit dem letzten Update behoben Soweit ich weiß Also Es kann auch sein, dass ich den Nicht hatte, weil Wir direkt Ähm Noch Kohle, glaube ich, im Inventar hatten Ähm Das war's. So. Ne, meine laufen eigentlich ganz gut. Also die laufen genau auf der Rate, in der ich die brauche. Hast du da Probleme mit? Kleinen Moment. Ich muss mal einmal hier eben einkaufen. Okay. 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 So. Eben hier noch die Teile kaufen. Äh, holen. Äh, weil wir da noch nicht rangegangen sind und das trotzdem noch Strom produziert. Deswegen. Das ist unsere Pumpanlage. Drei Stück für acht Kohlekraftwerke. Äh, die habe ich vorsichtshalber eingebaut. Sicherheitsshalber, weil die können nur zehn Meter hochpumpen, soweit ich weiß. Und deswegen haben wir die Pumpen dazwischen gesetzt. Ja, aber drei Stück für acht. Ich hatte eher weniger den Eindruck. Nee, ich experimentiere da jetzt nicht rum, während das aktiv läuft. Ich habe auch einen Schuss ausgelöst. Ich habe die Pfeil geöffnet. 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 die haben den back mit den kohle sachen behoben und ich bin der meinung dass hier wie heißt es gleich noch dass die pumpen nur eine steigerung von so und so viel zu lassen so und 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 Okay. 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 Ah. Wow. Nice. Dann geht das jetzt los. Okay. Okay. Oh. Oh Gott. So. 100% haben. Ja. Die Pumpen machen nur 10 Meter. Und du hast in der Zusatzpumpe bereits 13 Meter angezeigt. Zwar schade um die Energie. Aber Baufehler. Ey. Oh. Gute Idee. Ich glaube ich hole mir gleich auch noch mal einen Kaffee. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Architektur 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Back in der Baustelle mit frischem Kaffee. Ja, ich würde mir jetzt auch eben fixen Kaffee holen oder machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Das war's für heute. 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 Kaffee! Prost! Nice! So, ähm... Und jetzt wollte ich... Das war's für heute. Oh! 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 Gusseisenschrauben... Das war's für heute. Das war's für heute. Moment... Moment... Boah, hier haben wir... Hier haben wir... Das war's für heute. Hier oben? Oh! 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 So. Wo kann man das denn am besten und Okay. Okay. So Logistik, Förderband Splitter. So und wieder reingreifen. So. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Ja, hab ich. Ich war gerade am überlegen, aber ich war der Meinung, ich verlege gerade MK3. Ja, also ich hab welche. Also wir könnten jetzt in Phase 2, äh Phase 3 übergehen. Aber das machen wir, wenn Mani auch da ist. Bis zum nächsten Mal. 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 So, dann gucken wir da oben nochmal. So, dann gucken wir da oben nochmal. Oder vielleicht kommen ja schon welche runtergefahren. Ja, fünf Stück. Ja. Ja. Oh, wir können in der Gießerei direkt Eisenerz und Kohle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. vor allem bloß nicht mit kaffee zusammen okay so aber der netzschalter ist wichtig quats ok mit selenium kriterium alien technologie katerium so hier brauchen wir nur 10 nice smart splitter unlocked the smart splitter offers advanced settings that can improve conveyor belt logistics so was kostet der denn ordentlich nice den können wir bauen das ist richtig gut und 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 links nichts überschuss so dann wird der nämlich gefüttert und solange der gefüttert wird geht nach links nichts raus das ist richtig nice dann geht das erstmal voll und 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 so und 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 Zu zweit auf einem Server, logisch, dass es da abgeht. So, muss ich irgendwas wegschmeißen? So, modulare Rahmen. Ich wollte nochmal was gucken. So. 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 Haben wir noch Wanddurchgänge? So So Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, ich habe keine Ohre mehr. Nice. Nice. So, und was wird als erstes übertaktet? So, so... Zu zweitofen... Okay, ja. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. So, die Pumpe für den Kohlestrom. Okay, wieso brauchst du nicht drei Pumpen? Ist so eine allgemeine Frage. Und habe ich auch gerade freigeschaltet? Der Kohleminer hat natürlich bei mir. Mike aus. Ja. Oh. 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 Das war's für heute. Ja, Stahl ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Gut, rausgekommen. So, aber erst wenn ich... Die ganze Eisenproduktion ist bei mir eh noch eifer. Das wird im Finale mit dem Raffinieren... Ja, also bei uns ist ja dasselbe. Wir produzieren erstmal und dann gucken wir weiter, wie wir wirklich weitermachen am Ende. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Auf Züge freue ich mich auch schon. Das war's für heute. Oh. Was schmeißen wir denn weg? Boah, ich weiß gar nicht ab welcher Stufe. Kann wirklich sein, dass das ab Stufe 6 war. Oh. 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 Die wurden zurückgesetzt. Oh Gott. Wieso werden die denn zurückgesetzt? Go. ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, viel Erfolg beim Packen. Das war's für heute. 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 Okay. Okay, wir müssen neuen Stahl holen. So, ich will Sam produzieren. Und Dingelskirchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das geht verdammt schnell, muss man sagen. Das ist richtig nice. Das war's für heute. Auch 20 Stunden sind nix. Ja, doch, da würde ich langsam einknicken, würde ich sagen. Äh, was wollte ich hier oben eigentlich? Ah. Ah. So, brauche ich noch was? Das, 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 das habe ich alles. Ja. Das reicht erstmal. Uh, nice. Zwölf Stunden ist aber auch schon ordentlich. Refined. Hm, reanimated. Alien-Technologie. Oh, das könnten wir mal freischalten. Ach, okay. Ja, deswegen habe ich das auf einen Low Bob, äh, Server laufen. Das ist richtig nice. Ich weiß. Wie, ich weiß. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. den habe ich gebraucht gekauft das ist ein ein HP Mini Rechner und da läuft einfach ein Linux System drauf wo eine Serverumgebung drauf läuft äh bei Ebay ein 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 das ist Sam Ohr so und das hier ist äh sind Kristalle und das hier sind nochmal Kristalle oder Quarz und das holen wir uns jetzt nach vorne und dann bauen wir da noch eine kleine Fabrik hin ja aber äh hier wie heißt das ähm ähm äh 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 so das befindet sich hier genau also der mini pc geht maximal ich glaube bis 65 watt oder 45 watt ich weiß es nicht und der zieht aktuell mit laufendem server ich glaube weniger als die fritz box und Okay. Okay. Ja, also dann würde ich dir raten, also ich kann es empfehlen, dir die Server Software von Kuba Coders zu holen oder Cube Coders. Nennt sich Amp. Und damit kannst du easy Server aussetzen. Also hauptsächlich Gaming Server halt, ne? Also das hier ist die Server Oberfläche. Und dann kannst du dir hier einfach mit Plus das aussuchen, was du haben willst. Sagen wir Terraria. Benennst es, startest die Instanz und schon hast du einen Terraria Server. Also das ist wirklich easy going. Und das habe ich halt auch mit Sartis gemacht und mit Port Forwarding. Es kann Manni sich dazu schalten. Hm. Oh verdammt. Oh grad. Oh grad. Okay. Uh, Memforschung fertig. Uh, Memforschung. Uh, Memforschung. Uh, Memforschung. So. Uh, erstmal nicht. Ich werde wahrscheinlich umziehen. Ah, hast du denn schon was Neues gefunden? Okay. 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 Ah, ich bin dabei. Okay, cool. Das freut mich. Und ich mache mich nun auf den Weg. Bis später dann an selber Stelle, in derselben Quelle. Im selben Frequenzbereich vielleicht oder so. Okay. 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 Oh. So. Wo willst du hin? In Urlaubskonto. Könnte ich auch mal gebrauchen. Nee, der fährt nach Hause. Der hat sowas wie eine Monteurswohnung und fährt jetzt nach Hause. Mir fällt kein besserer Begriff dafür ein, deswegen nenne ich es mal eine Monteurwohnung. Oh. Oh. Huh? Oh. Okay. Oh, that hit him up. Okay. Äh, ne, ich glaub nicht. Also ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, das müsstest du ihn irgendwann mal fragen, wenn du willst. Aber das war halt die einfachste Erklärung. Aber das war halt die einfachste Erklärung. Ich glaube nicht, dass er in der Zeitarbeit tätig ist oder in der Montage. Der hat halt nur einen zweiten Wohnsitz. Und da ist er unter der Woche zum Arbeiten und am Wochenende fährt er nach Hause. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist er, ich glaube nicht, dass er nicht so ist. Und da ist, ich glaube nicht. Und da ist er, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war's für heute. Der Sam-Fluktuator, den kriegt man nur anders hin. Verdammt. Den kann man nur in der Fabrik herstellen, okay. Aber ich müsste eigentlich genügend KI haben, oder? Turbodraht. KI. Kriterium? Ein Netzschalter. Welches Ding? It's fun to have power. Strom. Netzschalter. Ah, okay. 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 Oh. 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 In der Hölle gehe ich auch gleich rein mit Kristallen nach dem Einkaufen. Kann ich nur empfehlen. Kohle. Kraftwerke. So. 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 Den Sam Fluktuator lassen wir weg, dann können wir hier eigentlich Quarz, Sand, Gegenstände hinzufügen. Quarzkristalle, dann lassen wir das lieber keine 240, sondern 120, 200, ach wir haben 480, wie viel Sand können wir denn herstellen? 240. Oh. Oh. Wie kann man nochmal in? Ah. Ah. Können wir durch 3 teilen. Dann hätten wir unsere 80 Units für 240. Haha. So. Wie viel kann denn ein MK270? Okay. Nice. Aber, dann fangen wir erstmal mit dem Quarz, Sand an. So, Sam Orr kann erstmal da oben bleiben, das lassen wir erstmal da. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. Okay. Okay, ähm... Wie machen wir das denn am geschicktesten? So... Äh... Ah... Äh... Ähm... Ups... Förderbandsplitter... Okay... Okay... Das sind 80. Dune ist 160, sieben Stück, sieben Stück. Und dann machen wir das anders. Was kostet uns denn oder wie können wir denn ein Konstruktor bauen? Was kostet uns denn? Was kostet uns denn? Wir können das auch eben anders machen. Ja, wir machen das anders. Okay, das reißen wir auch ab. Ne, das können wir eigentlich nicht mehr. So, das hier machen wir einfach unseren Verkabelungsraum. Und so einen Verkabelungsraum. Und so einen Verkabelungsraum. Genau, das ist ein bisschen zu klein. Den können wir nehmen. Und so einen Verkabelungsraum. Und so einen Verkabelungsraum. Und so einen Verkabelungsraum. Dann haben wir hier hinten noch Platz. Das ist ok, super. Ok. Ok, also... Logistik. Ne, keine intelligenten Splitter, sondern normale Förderbandsplitter. Hier bauen wir einen Förderbandfusionator. Mit einem hier. Ok. 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 haha okay Moin! Oh Gott. So. Ich glaube, das ist ein bisschen irre, aber... Oh, verdammt. Ich will jetzt... Oh Gott. Kristalle und... Äh, ja. Und sowas herstellen. Okay. So, und zwar haben wir ja hier... Zweimal 240... Zweimal eine 240er Leitung. Und deswegen... Wo ist sie denn? Äh, da ist das Loch. Splitten wir hier ein bisschen was ab. Und ich habe hier meinen... Untergrundbereich. Wo ich drinnen arbeiten kann, verkabeln kann. Und hier oben... Paschiert die Magie. Hier stellen wir nun Kristalle her. So, dass wir... Insgesamt 240 Kristalle abarbeiten. Äh, nicht 240... 400 Kristalle werden bearbeitet. Und damit sollten wir eigentlich... Vielleicht ein bisschen was haben. Willkommen zurück. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionatoren Oh crap ZDF, 2020 Einmal komplett durchgefallen So Oops Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen So, wie viel brauchte ich? Sieben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh, einer fehlt Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen Jetzt brauchen wir die Förderbandfusionen Nice 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 So, jetzt können wir hier Sond herstellen. So, jetzt können wir hier. 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 Oh, oh. Oh, da ist was falsch genommen. Okay. So, jetzt können wir hier. So, jetzt können wir hier. Oh, ist das schon komplett fertig? So, jetzt können wir hier. Okay. So, jetzt können wir hier. Oh Oh So dann machen wir das hier mit den Ich will die Smart Splitter So die hier sind Linker Ausgang Überschuss Mittlerer Ausgang Okay Das ist unser Überschuss Das ist unser Überschuss So dann müsste das andere wieder laufen Oh ja Sauber So Mittlerer Ausgang ist Überschuss Und rechts ist Beliebig Dann könnten wir hier immer noch Damit kriegen wir Kristalle Ja sauber Das funktioniert Besser als gedacht Vor allem mit den intelligenten Splittern Wird jetzt einfach der Über Das funktioniert so gut Bis zum nächsten Mal Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann laufen wir mal zurück zu unserer Bude und gucken mal ob wir da was erforschen können oder nicht, aber das funktioniert schon richtig richtig gut. Ah, okay. So, Kristalle. Wie? Was sieht es denn hier aus? Quart. 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 Uh. Äh! So, dann machen wir die Forschung auch noch. Quats. Okay, Quartz Oszillatoren kann man wahrscheinlich wieder nur in der Fabrik bauen, oder? Dann wird hier mal getestet. Oh ja. So. Cool. So. Bäm, 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 bäm. Das könnte man später mal machen. Das können wir noch nicht machen. Kriterium. Ach, dann machen wir das eben noch. Okay. Okay. This was a physics joke, ey. So, und hier brauchen wir die Fabrik für. Okay. Okay. Ja. Was ist das hier oben? Das. Alter Schwede. Okay. 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 So. So. Äh. Server Manager. Ah. So. Speichern. So. Den laden wir jetzt mal herunter. So. 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 Ah. So. Warte. So. Dann laden wir mal eben die save File da rein. Weil ich will jetzt mit Alternativrezepten gucken. Das sieht gut aus und dann können wir hier einmal einen Sync, 5 Rezepte, sauber. So und wir machen jetzt Bauteile. Das ist ganz unten. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, haben wir hier irgendwo auf der Interactive Karte F**k, f**k, scheiße Vielen Dank. So, was brauche ich denn alles, also ich brauche Schrauben für Rotoren, versteckte Eisenplatten, so, wenn ich Eingänge sage, Stahlbarren 50, das ist ein bisschen zu schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! 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 Jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Zwei, drei Eisenquellen. Oh, was ist denn mit dem Router los? Zehn. Oh mein Gott. Oh, was ist denn mit dem Router los? Oh, was ist denn mit dem Router los? Okay. 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 So. Oh. 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 ist ja mal überhaupt nicht feierlich. Okay, Stahlträger lassen wir herstellen. Das wäre auch noch eine Idee, dass der aktuell heiß läuft. Stahlrohre. Ost. Stahlrohre. Projekte Definitely. Stark. Ich starte mal eben das Spiel neu, das flackert mir irgendwie zu sehr. So, war eigentlich hier unten irgendwo... Da ist Kohle, dreimal. Wo willst du dich denn reinhacken? Seht ihr das eigentlich auch so flackern auf dem Bildschirm? Oh ja, was ist denn das? Oh oh! Also meine Grafik war eindeutig einfach zu schlecht eingestellt, deswegen hat das geruckelt. Das mag ich. Ne, die ist gerade hochgegangen. Kann ich jetzt nicht meckern, würde ich sagen. Ne 3080. Ne 3080. Ne 3080. ich habe nur nicht gesehen, dass man sich da ein Hardware-Ding einstellen kann. Deswegen. Okay, aber wir machen erstmal was anderes. Wir machen eben neue Power. Wow. 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 Kein Kupferblech mehr. Kein Kupferblech mehr. Wahrscheinlich schon. Also das kommt gut hin mit einer 40-60 Ti. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Vielleicht eher eine 40-70 Ti. Oder 40-70. Ich würde demnächst, wenn die 50er Serie rauskommt, die dann kaufen. Genau, ich war auch am überlegen. Aber ich würde dann doch eher auf die neuere Generation warten. Und dann die Vergleiche auswählen und gucken. Und dann entweder, weil der Markt dann wahrscheinlich sehr gut sein wird, eine gebrauchte 40-70 kaufen. Oder straight up auf eine 50-80 gehen oder so. Oh, das geht nicht. Okay. 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 Und dann kommt. Okay. Nichts haben, ich pack. Was ist das? Oh, oh, oh. Okay. So. Oh Gott. Ich bin noch auf eine... 50er kommt doch erst 25. Ja, genau. Der einzige Vorteil ist jetzt, eine KZ zu holen. Dann kann man die noch für ein bisschen mehr Geld verkaufen. Ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm. Oh. Aber Ich müsste aber die Kohle dafür überhaben. Deswegen, äh, würde ich da eher aktuell noch warten. Ähm, da würde ich lieber dann, äh, 25 das Geld zur Seite legen und dann, äh, zum Beispiel entweder meinem Schwager oder meinem Neffen die, äh, Grafikkarte dann verkaufen, die 4080er. Das habe ich auch schon mit der 2070er so gemacht. Und, ähm, da würden sich beide dann freuen drüber. doch. Das ist ganz schön. Das ist keine So. Bei einer... Ähm... Nee, aktuell nicht. Ich hab ne... Das hört sich jetzt ein bisschen dekadent an. Ich hab ne 4060er als im Streaming-Rechner drin. Und ne 3080 halt so. Und äh... Das empfohlene Netzteil für ne 4080er... Netzteil 4080er war doch 750, oder? Äh, 850, ja. Also ich hab ne 850 Watt Platinum-Netzteil. Aber... Das war mal... Hä? Ich hab grad gegoogelt. Google. Genau, also... Ja. Also das war auch glaub ich grad die Kernaussage von Nvidia. Ja. 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 Jetzt hab ich keine Eisenplatten. Zum Glück hab ich das hier unten hingebaut. Ja. 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 So Aber ich denke mal Für eine 5080er Bei einer 5080er werde ich dann auf 1200 Watt Netzteil wechseln Oder so Also das ist schon der Masterplan E Wieso drücke ich andauernd? Wieso drücke ich? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mit AM5 bin ich, keine Ahnung, jetzt die nächsten zehn Jahre gesichert. Und dann kommt jetzt nach und nach dann Sachen dazu. Oder zum Beispiel, dass du bei einigen Intel-Prozessoren keine vollständige Unterstützung der PCI-Lanes hast und dann aufpassen musst, was du, ähm, wo reinjagst. So, wie sieht das denn hier aus? So, das ist doch der 3. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, da war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Und dann holen wir uns... Cooler upgrades. Und... 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 Was ist das? Oh. 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 Das war's für heute. 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 Hast du das mit der PS2 Pro mitbekommen? Äh, PS2 Pro wäre auch mal nice. Äh, ja, habe ich mitbekommen. Ich dachte mir, what the fuck? Ich habe mir vorhin das, äh, Video von, äh, Esmengold angeguckt. Und dachte mir nur, what the fuck? Aber das Schlimme ist ja wirklich, es sieht einfach nur, ähm, ich finde es sieht nicht schön aus. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, beschreiben soll. Ups. Hier haben schon 500, aber dann nochmal Attacken drauf. Ja, ich habe auch die normale mit Laufwerk, hab 600 dafür bezahlt. Ähm. Und, äh, ja, äh, war... Also, das... So. So. Wow, ich habe keine Karten. Nice. Ähm. Was ich ein bisschen problematisch mit der PS5 Pro finde, ist, alles was ich bis jetzt gesehen habe, sagt für mich einfach nur aus. Es ist ein Cash-Grab. Du kriegst nicht so großartige Verbesserungen für den Preis. Also gefühlt würde ich sagen, kriegst du 5% Verbesserung für 250 Euro mehr. Ja, und dann noch nicht mal mit Laufwerk, sondern, äh, das darfst du auch nochmal für 80 Euro neu dazukaufen. Also, das, das ist... Also, das, das ist... Ja. Deswegen bin ich da... Ich werde mir auch keine kaufen. Ich werde mir auch mal mit Laufwerk aufpassen. 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 Das war's. 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 Notstart. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, dann holen wir's. noch mal draht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Jetzt weiß ich, jetzt weiß, Okay. Okay. Oh Gott. Was ich absolut genial finde Ist ja Äh, genau Was ich genial finde ist Dass die blöden Teile aussehen Wie Duracell Batterien Also aktuell Willkommen zurück Okay Also es dauert zwei Stunden Bis das vollgeladen ist Nice So Ich würde nochmal eben fix Auf Klo laufen und Äh, mir einmal was Zu essen in den Backofen reinschmeißen Und dann Starten wir glaube ich mal mit dem Äh Weltraumlift Projekt Würde ich sagen So Ja, genau Also ich würde eben fix Pause machen Ähm Einmal auf Klo Was zu essen holen Und dann sehen wir uns Gleich wieder Also Fisch gleich Und dann sehen wir uns 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So... So... Kann man hier irgendwie... So... 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 Und dann die Fahrstuhl-Parts herstellen und hier hin liefern lassen, weil das ist halt total die Strecke, dass wir eigentlich sinnvoller das Ganze mit dem Zug zu machen. Vielleicht machen wir das dann eher morgen, wenn wir die dritte Phase freischalten und dann müssen wir ja eigentlich hier Phase 5, 6 sowas dazu bekommen. Gucken wir erstmal da hinten, also da oben. Sorry. Okay. Okay. Okay, das sind drei reine Kohle vorkommen. Dann könnten wir hier in die Richtung in die Richtung. In die Richtung. In die Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kompliziert, kompliziert Untertitelung des ZDF, 2020 All right All right Wieso, was für ein Krach denn? Oder meinst du die Explosion? So, Ausrüstung Oh, ja Gehört halt zum Spiel Und sonst musst du mal gucken, ob du vielleicht deine Kopfhörer zu laut hast Wow, ich hab keine Rahmen mehr Oh, ja, oh 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 Hm Hm Oh, ja, oh, ja, oh Oh, ja, oh! Oh, ja, oh ja, oh So, wie machen wir das am besten? Hehehe, nice. Oh, ich hab keine mehr. Hm. Okay. 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 Das Katerium ballert aber ganz schön. Oh Gott, dann schmeißen wir die Sachen erstmal weg. Das Katerium ist nicht so schnell. 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 Oh. Sorry. So, hier runter. So und dann hier hin. So und dann hier lang. So oder hier runter und dann hier die Fläche benutzen oder alles hier her holen. So dass man von hier hier rüber geht. So weil da ist eigentlich nichts. Dann hätten wir auch einen kürzeren Weg. Okay, ich hole mal eben meine Pizza bis gleich. Das Katerium ist nicht so schnell. So. Ja. So. So, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich Idiot. Ich hab die Pizza nicht richtig geschnitten. Moment. Und... Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Strom? Gab es nicht auch irgendwie Lampen oder sowas? Okay. Das war's für heute. 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 Oh, God. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und... 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 Ich will... Und... 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 verdammt oh gott hauptsache ich kann durch die asche fahren panzernein pkw mit einem panzer kriegst du schwerer parkplätze beim feinkost albrecht was ist mit dem wiesel nett aber zu wenig firepower zu langsam für die autobahn 20 mm und toe gehen doch oder ein wenig mit veränderten waffen station ok kann man darüber nachdenken genug platz für mehr munition so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich habe überhaupt nichts Oh Gott Okay, ich habe mein Handy am Motorrad festgemacht, damit ich Google Maps habe Look, jetzt verliere ich einfach mal. Oh Gott, wo ich sagen came und ich bin glance daily, fast enlightenment, damit ich jetzt sicher habe die Leroks keep Recoveryation auf Sie sehen. Oh Gott, wo ich bin. Und ich bin, ich bin mir invokiert. Okay. Okay, das geht immer Richtung... Okay, das... Okay. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Oh. Okay, okay. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. I am. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Moin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh, nice. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Okay. Das hat's. Das war's. 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 20. Das war's. 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 Kabel. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Komisch. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Produktion. Das war's. 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 Oh, 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 oh Ich würde jetzt Feierabend machen und dann bauen wir hier morgen weiter in unserem hübschen türmchen der ein bisschen am durchdrehen ist aber wir haben schon eine coole große fabrik hinbekommen und hier das hier das werde ich wahrscheinlich so machen dass ich dann hier nach außen gehe und dann mit den 80 stück einmal das eisen hier wie heißt das die eisenstangen fertig mache dann hole ich mir hier das nächste hoch damit machen wir die metallplatten fertig und dann hier das hier ist dann für schrauben ja den rest haben wir ja schon zum glück nach oben gezogen stahl haben wir fertig katerium oben das eisenerz hier unten ja das ist alles mega und dann stellen wir von jedem zehn her und dann kommen wir noch um drauf noch ein paar stockwerke oder wir machen hier die anderen sachen fertig aber mal gucken also ich hau jetzt rein ich wünsche euch noch einen schönen tag abend wie auch immer und dann gute nacht und bis morgen ich versuche relativ früh dann online zu sein und dann können wir hier direkt rein starten und dann hoffentlich kommt man nie dann irgendwann online dass wir auf stufe 2 hoch gehen können oder phase 2 genau also peanut und dem rest viel spaß noch macht es gut gehabt euch wohl und dann bis morgen und auf wiedersehen